Und direkt wieder der erste Ball zum Gegner. Unverständliche Fehler. Was haben wir uns gedacht und gedacht über die Torhüter? Die haben ihre Sache gut gemacht. Nur der Rest der Mannschaft. Und ich kann nie so richtig in sitzen. Chef Dark bleibt angeschlagen. Verlässt den Platz und können mich da in Vertrauten auch noch machen, die danach entstehen würden. Ist natürlich noch nichts verloren nach so einem Ergebnis. Aber vielleicht, wenn Aldirian das Ding hier doch noch macht. Bugera bleibt liegen nach dem Zusammenfall mit James. Auch ein guter Satz. Und wie gesagt, von vorne zusammengekommen worden. Und dein Zuschauer hat es schon weh. Und da wird, wie gesagt, der Finale finden wir auch die Aldirian mit 30 Meter. Die ist wieder oben. Bleibt alles sicher auf seinem höchsten Niveau. auch. Und da wird, wie gesagt, der Fall ist bei der Flüge in den Jessupen. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann würde sie nicht so sagen. Dann wirklich gut. Dann haben wir das Ganze mal. Dann macht sie nicht so sagen. Dann wird sie, wenn ihr nicht so brauchen. Und wir haben.